Schala Das haben wir in unserem Reisen gefunden. Mokona sagt, es fühlt sich an wie ein Kräger. Vielleicht ist ihm die Irre drauf geworden. Leg deine Hand drauf. Die Hex hat gelogen. Er hat mir gesagt, dass ein Kräger will bemerken. Juko? Dann hast du doch den Garten. In der Tat, das tue ich. Ich danke nicht, dass er so weit geht. Der? Wer ist? Der Magier? Er hat nur noch andere Löwensuche mit hineingezogen. Und dann ist seine Konzesse. Und dann ist er noch schlecht. Das ist nicht so. Nein, das soll die Autofen heißen. Selbstvoll. Kleine Prinzessin, ich wünsch dir für meine Verletzung. Ein Leben ist verloschend. Und viel Trauer und Brei und Blei. Ich habe diese anderen Seite aus. Ihr könnt nichts davon machen. Aber... Wir nutzen etwas für die andere Seite zu. Warum? Ich würde auf diese Fugung heute aufstehen. Außerdem kostet Zeug. Es wird sie auch gekostet. Und vielleicht können wir den Magier zur Abstimmung und ihn dann weglegen. Kinder... Nun gut. Ich bin bereit, euch diese Reise zu ermöglichen. Zakrö. Die Bezahlung werden die goldenen Münzen aus deinem Klammer dran sein. Und ich werde mit der Mutter einhändig mit einem Gebet für deine Sicherheit versichern. Es wird dich da nicht geschossen. Angenommen. Nur fällig wäre weh. Was? Aber... Prinzessin. Es ist besser, du bleibst hier. Und dein Wachhölchen lasst hier auf dich auf. Es ist besser so. Es macht euch bereits gefrust. Mein Leben, viel über Sicherheit. Sagt er etwas nicht, Prinzessin. Sie sind sicher, bei der ganz geweihten Westen. Und dein Wachhölchen, Oder wie der hier liegt. Das ist besser, wenn du mir ruhig ehrlich bist. Ich versuchte dir mal ein bisschen wie ein Schwarz. Du bist du mir bemerkt, Untertitelung des ZDF, 2020